Es gab auch kämmige Diskussionen im Krankenhaus, war Endstation. Die Unersuchung stellte klar, dass er zum Glück am Leben war. Sie hatten nur dann im Gesicht, so gut wie es gegangen ist, hergericht. Dann dürfte er haben, der Doktor lacht, der Deibel hatte Schnaps gemacht. Eine tolle Wanderung, gewiss, wenn man im Schäne hochwald ist. In Weißkirche, ganz unbeschwert, der Fußgurt hat die Tour gefriert. Nur leider war es nicht arisch viel. Halb zwölf schon war die am Ziel. Der Junko sagt, es war sehr schön. Doch jetzt in die Wirtschaft gehen, was tut sich wirklich nicht gehäre. Ein bisschen tun wir noch spazieren. Der Junko ab. Die andere neue. Das End vom Lied, das ging dann so. Die ganze Gruppe rennt und rennt. Kein Deibel hat sich ausgekannt. Der Schnuff, der Schwunner, weh und ach. Auf Eboi kam doch noch ein Bach. Und der war auch noch zu bezwingen, entweder schwimmen oder springen. Zu allem Elend war aber ein neues Mitblieb noch dabei. Und zwar ist raus, Herr Gisela. Noch nicht so sicher. Ist jo klar. Deshalb ist gleich der Junko gekommen und hat's dann an die Hand genommen und hat's geführt und tat ans Sohn, am liebsten täte ich dich ja drohen. Doch leider Gottes geht das nicht. Du hast mir halt zu viel gewischt. Doch kann man das wohl wieder höre, wie der die Frau kann betöre. Dann sind sie in die Wirtschaft gekommen. Vom Kurzspaziergang. Knapp zwei Stunden. Hast deine Augen nicht getraut. War dort ein Büffel aufgebaut. Ganz toll, das muss man wirklich sohnen. Und zwar mit allem. Drum und drohen. Vom Fisch bis Fleisch. Rind, Lamm und Schwein. Sogar gab's viel noch obendrein. Doch das hat per a Haufegeld der Osthof-Jürgen nicht bestätigt. Ist Wetter, Krause, nass und mies, bleibt mal der Herrn und wärnt sehr fies. Bloß noch gestrungen um jedes Haus. Da jäschte noch die Hunde hinaus. Bis hier wohl im Dezember war. Han die fidele Wannertal. Im Radio, der Stimme erschallt. Sturmwarnung. Bleibend aus dem Wald. Der Michel Gerd, ich will's eis Sohn, der war als Wannerführer drohen. So, wie's im Wannerplon gestanden. Ist Wetter, geht uns gar nix an. Und wenn de Himmel runter kracht, die Wannerung, die werd gemacht. Doch hat der Michael zur Stunde die Rundfunkwarnung ernst genommen. Er ist mit dem Fidele brav, nur auf der Straße rumgelauf, durch Strom und Regen wie gedubbt. Dem Jungen hat's der Schirm verruppt, dem Kurt und ach, dem Jürgen A., das war ein Bombe-Wannertal. Nur zwei Stunden völlig aufgeweicht, war dann der Ratskeller erreicht. Bei diesem Sturm, bei diesem Rehn, du wär's viel besser doch gewesen, die Sünderstour je nur beliebe, wohl auf Erwerda zu verschiebe. Wer dann des Sturm macht, schlimm und schlimmer, die Rote Ingus fahre immer. Zur Not wär's amohl ein Genuss. Er Wannerung, mit dem Ingobus, bleib Strucke und brauch Schnitzelhafe und ach, keine Schärmegabe. Das war's, was ich heut immerhin durch mein Vereinsbrillen angesehen. Doch tun ich die, in jedem Falle, ach diesjoha, mit der Urnbehalde, damit ich mit der sehr genau euch die Fidele von ihm auch. Als Meier ist es halt mein Job. Und dann besneide ich alle, auf! Applaus So, das war der Vereinsmeier. Der Erich spielt, so wie man er kenne. Ich spiele zwar nicht, wo der das alles herkommt, aber er weiß es halt. Erich, vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Jetzt kriegt er an der Horte. So, und dann diesen Applaus für den Erich Spick. So, und dann muss ich jetzt noch was sagen. Der Erich hat jo, denn im Monat Geburtstag gehalten. Der Erich ist jung, 60 Jahre war. Ich will nur sagen, wir singen jetzt im Monat Geburtstag ständchen. Hopp, fangen wir gerade an. Also, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Erich! Happy Birthday to you! Applaus So, ich wollte Riefgehen gratulieren, aber er war nicht do und deshalb haben wir meine Städtchen gesungen. Und Erich, an der Stelle kommt immer so der obligatorische Griff in meine rechte Etage, die linken Etage, nicht. Und jetzt habe ich auch noch eine Gugel verdient. Schnaufe von der Venele. Ich hoffe, es fällt da, gell? Schön! So, dann bitte mal auf den Ausmaß für den Rheinsteier. Applaus So, dann bitte mal auf den Ausmaß für den Rheinsteier.